Ich bin wieder da! Yeah! Und Phimps ist auch da. Hi. Hallo. Hier waren wir ja schon. Nee, 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 Quatsch, Quatsch. Wir müssen hier weiter. Ist schon richtig. Ja? Ja. Da waren wir beim letzten Mal auch verwirrt. So, und jetzt kann ich auch richtig aufs Maul geben. Weil jetzt hab ich mir meine stärkere Waffe geholt. Die richtig austeilt. Ich mach trotzdem noch zwei mehr. Schade. Aber wenigstens kann ich jetzt mal so ein bisschen mithalten. Wow. Das leckt doch mir so ein bisschen. Aber das ist nicht und nicht mal FPS-Lags, das sind internetbasierte Lags. Und zwar nicht von meinem. Hoost, hoost. Von meinem eigentlich auch nicht. Sollte eigentlich flüssig laufen. So wie jetzt gerade. Auf. Und ich, ich esse überhaupt nichts gerade in der Aufnahme. Nein, das teuscht. Nein. Ich wollte eigentlich hängen mal immer Fragen wegen nachher, ne. Aber, naja gut. Du hattest doch eben Zeit genug. Ja. Hab mich dran gedacht. Ich hab mir nochmal die Aufnahmen angeguckt, wie die Qualität ist. Mhm. Und, wie ist die Qualität? Super, du musst auch Open Broadcaster benutzen dann. Also nachher, wenn das dann so klappt will, sowieso. Ähm, ist das eigentlich... Moment. Ähm, wie soll ich das sagen? Hm? Wie soll ich das sagen? Ich sag jetzt einfach mal kostenlos. Ja, ja. Na, hast du doch schon gezogen, Open Broad. Der Name Open Broadcaster. Nein, nein, warte, warte. Sag das doch schon. Ich mein... Ja, bei, bei Fraps war es ja auch so, dass man eine kostenlose wäre. Ach ja, war ja. Toast. Äh, ne, ne, Open Broadcaster ist völlig kostenlos. Mhm. Und es bietet halt so viele Funktionen, da kann Fraps nicht mithalten, echt. Ist wirklich, ich benutze auch kein Fraps mehr. Ich benutze Open Broadcaster für alles. Ich benutze es für Castle Crashers, ich benutze es für Minecraft. Ja, aber bei... Bei Open Broadcaster war es ja bei mir so, dass es gelaggt hat. Ja, da... Aber ich hab da... Und seitdem lag das nicht mehr. Mhm. Deswegen... Ich hatte nur ne Einstellung falsch. Na dann. Sag mal für alle Zuschauer so... Was steht hier? Volcano Town. Yeah. No activate Volcanoes. Yeah. Hey, das, das sieht irgendwie aus wie von ASDF. Von den Happy Faces. Ja. Äh, mal für alle Zuschauer bei... Warte mal. Bei Open Broadcaster, wenn ihr das benutzt. Wenn's bei euch laggen sollte, dann müsst ihr in den Optionen unter... Äh... Rendering oder so. War das glaube ich... Also der letzte Tab. Ähm... Müsst ihr Multicore Unterstützung ausschalten. Weil, ähm... Dann benutzt das Spiel... Wenn ihr Multicore Prozessor habt. Also vier Kern oder was weiß ich mehr. Dann benutzt das Spiel... Die letzten zwei. Und Open Broadcaster die ersten zwei. Und somit lagtest du nicht. Ja, Leute. Habt ihr gehört? Immer schön Eier essen. Ein Ei. Das war ne blaue. Weisheiten des Lebens. Mann. Mann. Ich hab schon wieder nur noch einen Heidrank. Was geht soul? Was geht mit denen? Ich hab halt überall alles auf, äh... auf... Mag... Da sind Pommes! Boah. Ich hab eben Pommes gegessen. So... studio voll geil yo voll geil so... Alter... Die macht aber auch Damage. What the... Warte ich mach die eben kalt. Wenn ich... Kalt machen könnte. Einige Scheiße machen die Damage Mach hier richtig, ne? Sag Nur 55? Wohl Krieg mich ja nicht Alles mitnehmen Ja Oh, cool Er mit seiner Radioantenne Ich will auch so einen Du willst auch so eine Radioantenne? Ja Und sein Schwert da Oh, geil Skelette Das Schwert haben wir übrigens auch schon freigeschaltet Mal vorhin schon gesehen Wir haben schon so viel auch freigeschaltet Oh, Alter Ist schon wieder tot? Wieso ist denn meine Death-Kratze runter? Verstehe ich gar nicht Mach sie erstmal alle fertig Wenn ich die mal treffen würde, ja Ja, das ist natürlich eine andere Sache Level 12 Ich weiß nicht, ich guck dir grad so ganz spontan so zu, so vollspanend so Ich weiß nicht, ich guck dir grad so ganz spontan so zu, so vollspanend so 95 Ich hab nur 95 Leben Du hast kaum Verteidigung gedingstert Ja, aber Ich wundere das grad irgendwie trotzdem Ich hab ja Ich bin schon wieder tot Was ist denn das? Echt? Ja, ohne Scheiß jetzt Also da ist irgendwas kaputt Nein, ich glaub das liegt an deiner Verteidigung Und da liegt Essen, das lass ich dir gleich übrig Nein, das despaunt ja, scheiße Richtig Also da ist irgendwas Feil dich doch Feil dich doch Äh, im Argen Erstmal Sandwich Ähm, hallo? Erstmal Sandwich Was war das? Erstmal Sandwich LP Was war das? Du bist tot Ich hatte doch noch eine Tränke Tja Äh, wo gehen wir denn hin? Hier gehen wir hin Oh, da hab ich keine mehr Doch, ich hab noch vier Was ist denn das? Die musst du glaub ich ausrüsten Ach komm So Irgendwie ist meine Dev runter Ich weiß auch nicht Also es war ja eben nicht so schlimm Deswegen wundere mich Ich mich ja gerade Lauf du doch mal Wollen wir nicht erst mal hier machen? Ach ne, das war ja die Kackfabrik Ne, das machen wir nicht Das war die Kackfabrik Ne, das machen wir nicht Ich glaub die ist auch optional Echt? Ne, da gibt's ne Prinzessin drin Naja, muss gleich mal in das Fenster gucken Wenn wir gleich bei der Fabrik So in drei Stunden Das gibt's doch nicht Jetzt bin ich richtig am abkacken Ja, und jetzt bin ich ganz gut dabei Was ist denn vor den Löchern? Welche Löcher? Die da Ich lauf auch noch rein Kannst du das hin? Ja, ja, das geht jetzt auch nicht Ich bin trotzdem derb am abkacken Ja, aber warum? Ich weiß es nicht Ich hab auch nur so wenig Leben Du hast ja gleich ein Level ab Dann kannst ja mal deine Verteidigung Ich hab auch den Wenn man nicht getroffen wird, geht's. Ja, es ist ein bisschen eintönig, aber es wird doch noch besser. I hope so. Meinst du? Äh, warte mal Sandwich Time. Ich will. Ja, mach du. Die Tür ist okay. Der will weglaufen. Der will weglaufen. Jetzt nicht mehr. Oh, Sandwich. Ach so, dafür. Ach, die droppen, die droppen auch gleich eins. Das ist fies. Das ist sehr fies. Am besten ich gehe mich einfach hoch in die Luft. Weißt du, rüste deine Dinge jetzt auch eher genau. Rüste deine, deine, deine Heiltränke wieder auszupfen. Nein, du hast den Sandwich bei mir ausgelöst. Oh, bei mir nimmt der die Heiltränke trotzdem. Komisch. Strange. Wie hast du noch? Nur zwei. Hast du Heiltränke? Ja. Vier. Vier. Kannst den Börber aus. Der hat dir richtig vier gewacht. Ja, das, das ist ja so. Ich, ich hab einfach nur wenig Leben. Hm. Kann man die hier? Oh, ja. Jetzt hast du das Ei. Essen ein Eier. Na, jetzt hab ich die. Na, jetzt hab ich die. Da, wo bin ich? Ja, übertreib doch nicht mit dem Feuer den. Na. Mach mal den Wertkasten an dir. Dann kriegst du kaum Schaden. Ich weiß. Den hab ich total vergessen. Aber damit mach ich ja nur drei Schaden. Echt? Ja. Ich treib's drin. Keine Heiltränke mehr. Egal, das ziehen wir jetzt noch durch. Ja, das kann ja nicht mehr weit sein eigentlich. Ja, außer der Boss kommt natürlich. Ja. Also der Zwischenboss kommt. Ey, die Skelette kommen wir gleich noch. Ja, den mein ich doch. Und zwar jetzt. Ob man den Typen da auch runterholen kann? Äh, ich glaub nicht. Ich konnte grad nur einmal der Taste drücken. Ja, guck, übertreib mich. Jauh. Oh 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 oh, wette! Komm das kriegst du jetzt so hin. Jaja, es "... es läuft ganz gut." Oh man. Ja, sind oben. Bananen. Holl dir die Bananen, geh sich den! Oh man! Jetzt hab ich auch ne andere Waffe? Nee. Achso, ich bin... Na, character verwechselt. Du bist so ein Trottel. Da 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 da. Da 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 da. Listen to me up. Sexy sexy lane. Oh, Mink. Was heißt Cherry Lady Du? Ach ja, stimmt. Wie dämlich. Wie dämlich. als ob ich sowas höre. I'm down, I'm down! Oh no! Ich werde hier einfach nur zubombardiert mit Flammen und gleich tue ich mir auch mal ein Schwärben in der Verteidigung. Du musst dir zwei jetzt meins nehmen. Plus drei Angriff, aber das hat minus Magie. Naja gut, das kann man ja dann wechseln nochmal. Ich bin mir momentan eh nicht so auf Magie. Ich krieg so viel. Guck dir das doch einfach an, ich kann nicht mal aufstehen. Ja, das ist es ja. So wird der folgende Titel genannt Sexy Sexy Lady, weil es für Neval-Fibs ist nicht dran. Ich liebe dich auch. Ich weiß. Eis kalt. Geköpft. Geköpft. Dümdüm, 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 dümdüm. So. Lava! Mr. Lava, Lava. Das darf doch nicht wahr sein. Siehst du doch? Dead. Ach du, du bist tot. Ja, das ist, also ich muss, das ist echt jetzt mal, was machen. Komm, dieser eine. Nicht, Mensch. Wieder belebe mich. Wieder belebe mich. Das ist auch falsch. Grammatisch. Beleb mich wieder. Beleb mich wieder. Oh ne, kein Boss jetzt. Ach, das ist der Bekan. Der Bekan. Äh, Sandwiches. Ach ja. Jetzt habe ich aus Versehen mein Teil drin, genau. Oh, 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 oh. Es ist doch recht, heute sind der Sandwich. Wenn ich... Ah, das ist so... Mh... Ich mach den mal ohne dich, ne? Ja, ja, mach mal. Das machst du, das machst du. Gut geht's natürlich auch. Oh, jetzt. Jetzt geht's aber rund hier. Ja. Der Vulkan hat ein Gesicht, ist dir das abgefroren? Ja. Der macht doch komische Geräusche. Ja, er wackelt wie in so'n Wackelpudding irgendwie. Das leckt gerade ein bisschen. Was ist jetzt los? Das ist doch geleckt. Sandwich. Guck mal hin. Garm. Garm. Vulkan down. Total realistisch. Ja, klar, schnapp sind gut. Ja, das andere kriegst du. Ja. Jetzt hol dir das andere. Ich habe aber kein... Kein Leben mehr. Müssen wir hier runter? Ne, müssen wir runter. Doch. Da unten kommt gleich, glaube ich, noch ein Bosskampf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein Apple. Ein Apple. Ein Apple. Wo könnt ihr die Lava sein? Wo könnt ihr sie sein? Äh, warte mal. Falling Rock. Oh nein. Ach ja, jetzt kommt das Vieh. Genau, die Sorge. Oh nein. Jetzt müssen wir hier auch mitbringen. Ja. Hier kann ich auch relativ gut mit Magie draufgehen. Äh, Vorsicht. Achso, mit so einem fetten Vieh kommt man da hoch. Kommt man bei dem Tierchen da hoch. Ähm, hallo? Ich warte erst mal. Es ist, äh, irgendwie... Naja, es ist, ähm, doof. Aber gut, jetzt sterben wir eh. Ja. Dann, äh, Stärke plus Schaden. Mach Verteidigung. So. Und da hinten, genau. Wo kann dann? Ah, da sind die Heiltrinke günstig. Ja. Äh, wenn ich mich richtig... Naja, es geht. Ach, ich gebe jetzt so viel Geld für Heiltrinke ausgebaut, ob ich kein Geld mehr. Das, äh, könnte zum Problem werden. Ich kann mal drüber überlegen. Nee, nee, ist Geldverschwendung. Und noch mal von vorne. Yay. Nee, nicht von vorne. Doch. Nein, das ist doch nicht von vorne, oder? Doch, das ist von vorne. Wollen wir hier einen Cut setzen? Ja, wir setzen hier einen Cut. Und ich glaube sogar, wir spielen mal weiter. Bis wir da sind, oder was? Und wir sehen uns dann bei der Sockentruppe wieder, Leute. Haut rein. Ja. Ja, ich bin ich... Ja, ich bin ein Cut.